Sommer, Sonne, Sonnenschein! Zumindest sieht das hier so aus und damit herzlich willkommen zurück bei Amazie-Tablette mit eurem Hackbad und dem Crunch Cow. Und zwar tun wir uns mal wieder Arma 3 an mit den Mods und zwar nicht altes Life, sondern Real Life heißt das. Es spielt auf der DayZ-Karte und der Geldautomat ist tierisch weit weg. Aber wirklich weit weg, aber wir haben ihn jetzt auf der linken Seite. Ich bin erster, 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 erster. Niemals, 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 niemals! Wir sind gewonnen! Also 500 kostet hier eine Fahrlizenz. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit und guck mal, ob wir danach direkt zum Autohändler können. Gemeinsam sind wir stark und so. Richtig, genau. Was ich auch gesehen habe, hier gab es gerade da oben, da oben ist es, da oben! Guck mal hoch, Flugzeug! Flugzeug! Oh, der Sound! Alcarpone. Auch diese Namen, ich meine, ich habe hier schon Namen gesehen von anderen Serverern, wo wir schon mal waren. Ach so, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, wo müssen wir hin? Ach da! Markier es mal! Ja, Arma, Real Life, wie Gulanchko schon sagte, auf der See-Map. Mal was anderes, mal was ganz Neues. Ist relativ frisch noch. Man kommt da auch wohl nur drauf mit Anmeldung auf einem gewissen, auf einer gewissen Homepage, um das dann spielen zu können. Deswegen, also aktuell gibt es von den Leuten, die das Ganze hier modden, nur, was heißt nur, also dafür, dass es privat von deutschen Leuten gemacht wurde, drei Server. Soweit ich weiß, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber wir werden einfach mal gucken, was wir hier so reißen können. Da oben ist der, ne, das ist der Autohändler, oder? Genau, hier gibt es die Lizenzen. Genau. Bei ihm hier? Du hast einen Führerschein für 500 gekauft. Was kann ich denn hier machen? Hier ist ein Pfeil. Das heißt, wo das hier gespawnt wird. Genau. Jetzt gucken wir mal. Sollte man also nicht im Weg stehen. Da sieht der Edel aus. Ein Quad-Pi kostet 2500 Mietpreis. Super. Wenn wir einfach die Kote zusammenlegen, können wir uns ein Quad kaufen. Sozusagen als Kaufpreis. Soll ich dir mal einfach mein Geld geben? Gib mir all your money. 2000 brauchst du, ne? Oder sowas? 2500. Warte mal, 3750 kostet der. 1750. Ne, 1250. So rum. Äh, 1250 dafür, dass das dann dein Fahrzeug ist. Das habe ich dir dann gegeben. Ich speichere gleich mal. Schwarz, blau, rot, weiß, dicke, grün, Hunter, Camo. Alles. Ist mir völlig egal. Hunter, Camo. Kaufen. Ja. Nöööö. Der hat dann wohl auf dem Grünfeil gespielt. Ähm, ja. Hier gibt es auch dieselben Kommandos. Genau. Als Passagier aufstellen. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken, was können wir mit einem Quad-Pike überhaupt anstellen. Da ist der Garant. Sind wir überhaupt richtig? Da ist ein Apfelfeld. Hier, guck mal hinten. Ja, ich habe Pfirsichfeld gefunden. Wo denn? Äh, weiter unten, am Wasser. Ach, da unten. Okay, da ist ein Pfirsichfeld. Also wenn du jetzt die Straße nach rechts, rechts und immer der Hauptstraße folgst, kommen wir zum Pfirsichfeld. Genau, rechts ist ein Apfelfeld. Ja, dann fahr von mir aus rechts, rechts. Also mir ist das nicht so wichtig. Ja, dann fangen wir da mal hin. Äh. Fahr da hin. Also wir müssen da rechts abbiegen. Hier sind auch so grüne Kreise drum gezogen. Ich vermute mal, das sind Safe Zones. Das könnte gut möglich sein, ja. Ja, das könnte sehr gut möglich sein. Also darf hier auch nix passieren. Beziehungsweise hier darf nicht überfallen werden oder was auch immer. Keine Ahnung. Du kannst auch einfach übers Feld fahren, oder? Wir sind immerhin Quad- und arme Bauern. Also hier gibt es wohl auch Cops, äh, wie ich unten rechts sehe. Zwei Stück aktuell. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig. Äh, ne, muss noch ein bisschen nach links. Ja, das ist eindeutig zu weit. Okay, ja, ich hab grad gemerkt, der... Ja, und jetzt immer geradeaus. Anhand der Vibration, da vorne, die Bäume müssten das sein, anhand der Vibration meines Gamepads, was noch angeschlossen ist, Super. Hat er mir schon gleich Feedback gegeben darüber, dass das nicht cool war. Ist das ein Zaun? Ja, Zaun. Oh mein Gott. Guck mal, links ist ein Eingang, da, oder rechts kannst du auch rein. Okay, stopp. Äh, wie war denn das hier mit dem Ausstellen? Ah, Ausstellen. Ähm, T kann man darauf zugreifen, auf den Kofferraum, okay, das ist alles so halbwegs dasselbe. Ähm, wie war denn das mit dem Schlüssel und so Z? Schlüsselbund, Quad-Bike? Ich glaube, wir müssen noch weiter zum Apfelfeld da rein, hier irgendwo. Ich glaub, die Bäume sind hier... Ach, guck mal, die... Ach nee, ich hab gedacht, hier hängen Apfel drin. Kann man hier schon Apfel pflücken? Ne, wo kann man denn Apfel pflücken? Noch weiter? Äh, sind wir nicht schon drin? Ja, das hab ich eigentlich auch gedacht, aber ich kann hier leider noch nichts aus... Ach so, man farmt jetzt mit Windows-Taste, Aktion 10-Taste. Ich komm einfach mal wieder zu dir raus. Kannst du da schon farmen, oder? Nee. Mit Windows-Taste. Die Frage ist, wo ist denn meine Aktion 10-Taste? Ja, ist die Windows-Taste links, gut. Gut, aber ich glaub, da müssen wir noch ein Stückchen reinlaufen. Oh, da täusche ich mich da. Ja, klappt. Also bei mir klappt das mittlerweile. Ja, ich bin jetzt hier grad gegen den Baum gelaufen, wo bist du denn? Hm, links. Hier kleben sogar Äpfel dran an Baum, wenn du mal genau hinguckst. Ist auch witzig. Zwar alle ein bisschen platt, aber... Du hast drei Apfel gesammelt. Ah, jetzt kann ich's auch drücken. Das zeigt auch gar nicht an, dass man da gerade richtig ist. Ne. Ja, Mai. Aber das zeigt der Herr in Real Life auch nicht an. Ja, Mai. Ja, Mai. Ja, Mai. Granate. Gib alles. Ich weiß nicht, wie viel kann man hier überhaupt sammeln? Ich weiß nicht, was steht denn in deinem... Wo war denn eigentlich das Inventar? Mit Z, glaub ich. Mein Inventar ist voll. Mit Z, mit 24 Äpfeln ist meine voll. Okay. Muss ich hier mal rausfinden. Wo steht unser Auto? Da. Ganz am anderen Ende der Welt. Die Schlüssel müsste ich dir gegeben haben. Könnte gut möglich sein. Okay, also man hat hier dasselbe Prinzip. U, U. U. U wie Udo. Okay, ich komm mal mit dem Quot ein bisschen da ran gefahren hier, weil... Ja. Ähm, so wie ich das sehe, ist das also genauso wie altes Life. Man fängt damit an irgendwelche Scheiße zu pflücken. Richtig. Und wird dir wahrscheinlich gleich im Supermarkt verkaufen müssen. Da vorne bist du. Man fängt dann an sich langsam aber sicher hochzufarmen. So sieht's aus, ja. So, im Kofferraum können wir auch noch ein bisschen was stapeln hier. Warte mal. Genau, ich hab jetzt, finde ich jetzt 24... Äpfel lagern. Dann kannst du noch einen Äpfel lagern. Oh, toll. Einen Äpfel. Einen Äpfel. Äh, was war das mit Tee, ne, oder sowas? Tee. Tee wie Trunk. Trunk. Was, ich bin Trunk? Volle Trunk bin ich. Volle Crown. So. Jetzt bin ich auch schon wieder voll. Super. Hm. Oh, Server Restart in 30 Minuten. Na, das scheint hier wie, äh... Ähm, ich mach mir schon mal einen Plan. Ich denke wir werden zum Supermarkt müssen. Oder? Zum Supermarkt. Ja, also quasi einmal quer rüber. Ich hab mir mal einen Punkt gesetzt schon. Mhm, Server Restart alle drei Stunden hier. Ja. Time Zone Berlin. Läuft. Yes. Und ich pflücke, 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 pflücke im Sause-Schritt. Hm, du kannst so schön dichten. Oh ja. Hm. Hm. Eine, eine Ode, eine Ode. Oh. Brumm, brumm, brumm. Oh, fast überfahren. Bist du fertig? Ja. Mach dir mal einen Plan. Fahr. Fahr. Ich hab mir mal einen Plan gemacht. Hier ist auch kein Zaun, hoffe ich. Ganz schön teuer, so ein Quad. 3,57. Ja. Auf jeden Fall alle 5 Minuten 750, das ist, äh, schon mal ganz nice. So, ob wir jetzt hier durchkommen. Ah, ey, wenn das mal nicht Porno ist. Ja, und da auch noch zielgerichtet. Direkt zum Supermarkt aussteigen. Genau, ich werd mal hier zu dem Supermarkt entladen. Äh, wie war das denn jetzt hier? Eigentlich Scrollrad, Supermarkt und dann 24, 24 verkaufen. 1.200. Für... Ja, mein Gott, wir wären so reich. Oh, aber sowas... Weg. Du warst einfach zu langsam, Dicker. Hallo, wirst du jetzt frech, oder was? Ey, ich hau dich um. Wirst du was, hier. So. Hast du nur davon. Die Tür zu. Okay, 13 Äpfel. Klingeling. 650. Also, okay. Bringt's ja voll, jetzt können wir mal zum... Mach dir mal einen Plan zum Pfirsichfeld. Machen wir mal einen Plan zum Pfirsichfeld. Pfirsichfeld... Oh, Pfirsichfeld ist dort unten. Ja, ich hab mir Plan gemacht. Nur denn. Oh, da ist jemand auf der Straße. Schnell. Pfarr ich nicht um. Hallo. Oh, wir waren denn sprechen bei mir? Oh, verdammt. Ich glaub, die Maustaste war das bei mir. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, jetzt... Jetzt hab ich sie... Ja, jetzt liegt noch meine Maust... drauf. Jo. Bei mir genauso. So, ist natürlich... Genauso wie wir mit meinen Sound muted, Sound activated. Yay. Super. Ich, äh... Ich find's natürlich ganz witzig, dass die Map jetzt hier... Einfach mal die Map von Daisy ist. Ich bin ja mal gespannt, ob hier auch so ne... Sachen herrschen wie bei Daisy. Du begegnest jemand und der schießt sich einfach übern Haufen. Oder ob das wirklich so geplant ist wie... Altes Live und, äh... Mit Cops und hinterher und weiß der Teufel. Wir haben's fast geschafft. Ja. Ich sag mal so, die Regeln haben sie jetzt hier auf diesem Server glaube ich noch nicht ganz überarbeitet, ne. Da steht noch Kavala und so weiter drin. Also als wenn das mal ursprünglich... Wuii. Wir sind eindeutig zu weit gefahren. Oh. Toll. Oh. Wuii. Oh. Das hörte sich grade fast an als hätten wir... Ey, machen wir mein Quad nicht kaputt, Alter. Weil wir sind so reich, wir können uns noch mehr leisten davon. Genau. Noch ein Quad. Mmmmm. Okay, gucken wir einfach mal, was wir... Äh... Einen Pfirsichen verdienen. Genau. Wir hatten jetzt für 24 oder volle Dingsfürsicher... ...hatten wir... Hallo. Äh... Hatten wir 1200 bekommen, ne? Genau, 1200. Richtig. Für einen vollen... vollen Sack, sozusagen. Ob's ja auch Zombies gibt? Das glaube ich nicht. Äh... Bestimmt, doch. Bestimmt. Hey, hab ich dir schon mal gesagt, dass ich 3100, äh... ...euro, Dollars auf dem Kontext? Ähm... Ey, zu viel, warum? Weiß ich nicht. Cash in the bank, ey. Krass. Du reicher, Mann. Meine FPS machen wir gerade ein bisschen sehr traurig mit nur 30. Was? 30 FPS? Ja. Ich hab 60. Irgendwas muss ich da noch ändern. Dein Inventar ist voll. So, gleiche Gerechtigkeit... Ey, wir haben die Äpfel ja gar nicht richtig rausgenommen. Ja, weil ich dir welche übrig gelassen hab. Na toll, weil ich dachte, du nimmst alle mit. Nein, ich bin doch gerecht. Boah, Trottel. Ich hasse dich. Aber eigentlich müsste ich's nehmen, weil ich viel mehr weniger Geld habe als du. Also du hast ja ein schönes Quad gekauft. So, ich hab jetzt 12 Pfirsiche eingelagert. Ja, ich bin voll. Das ist nichts Neues. Ja. Mauz. So, ich hab dann auch schon mal wieder gespeichert. Und wir müssen wahrscheinlich wieder zum Supermarkt. Das heißt, ich hab mir schon mal ohne Pointers gemacht. Ich werd mal eben schon drehen hier. Super. Ah, Hupo geht auch noch. Ist ja bombastisch. Können wir einfach übers Feld hält. Guck mal, hier ist ne Straße und da sowas niedliches. Feldweg. Tschüss. Ganz tschüss. Oh, vielleicht soll ich auf die Hauptstraße. Solange du uns nicht gegen den Baum fährst. Ne, ne, ich geb mein Bestes, dass es nicht so kommen wird. Ja, und schon sind wieder 750 kassiert. Danach sollten wir zur Bank, find ich. Was kann man machen? So. Muss man natürlich ein bisschen langsamer fahren. Wer weiß, wer hier gleich um die Ecke geschossen kommt. Ist ja alles so augusträgend. Genau. Alles so neu. Wo ist denn der Einkaufsladen hin? Weiß nicht, du hast ja auch den Punkt gemacht. Ja, ja. Nehmen wir doch den hier. Ja, ekelhaft. Ich hab so leichte Hukla gerade drin hier. Ach ja, ausstehen. Ne, wie war denn? Abschließen. Uh. Uh. Uh wie Udo. Uh wie abschließen. So, 24 Pfirsiche ergeben. 1.320. Uh. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Ich glaub da haben wir mehr Benzingeld ausgegeben als alles andere. Kranker Scheiß. Dann nimmst du jetzt alles? Kann ich leider nicht. Welch lehnen? Ich weiß. Tut mir leid. Aber immerhin, wir haben Cash 5080 dabei. 3.120. Sehr schön. Na, wo ist denn die Bank? Ach ja, da eben. Am Arsch der Welt. Okay, wir drehen einfach mal um. Zap zap. Waren wir hier richtig? Ja, hier waren wir richtig. Ja, immer diese Straße. Quasi runter. Ja, ist doch ganz schön hier. Ja. Sieht man so schön alles russisch. Kann auch aus Berlin sein. Ich weiß, ich glaub ich hätte auch fast direkt den ATM benutzen können. 2.250. Einzahlen. 3.330. Ist doch perfekt. Äh, was haben wir denn noch so schön jetzt hier? Ein Krankenhaus, eine Garage, die Safe Zone, Hornbach. Was macht man bei Hornbach? Polizei HQ Berenzino ist auch da. Wir gucken mal hier rein. Bei Hornbach? Hornbach. Dann schließe ich mal vorher das Auto ab. Bei Hornbach kannst du den GPS, Karte, Werkzeugkiste, Erste-Hilfe-Kasten. Werkzeugkasten kostet auch nur 250. Das ist ja praktisch. Ja, ne? Brauchen wir den jetzt? Gott, kann man eigentlich nicht kaputt machen. Aber hier gibt es zum Glück nicht so viele Steine, ne? Richtig. Okay, also hier kriegt man alles mögliche an Flickzeug her. Cool, cool. Was könnten wir uns denn noch ansehen? C und A zum Beispiel. Ja, da können wir bestimmt richtig gut einkaufen. Die Frage ist, wir brauchen einen Rucksack, ne? Rucksack ist bestimmt bei C und A, ja. Richtig. Die Frage ist, wie viel kostet der? Wollen wir erstmal nachgucken? Bestimmt 5000 und außerdem sollten wir Geld mitnehmen. Deswegen frage ich, ob wir erstmal nachgucken. Ich packe einfach mal meine Kohle hier ein. Ja, ich nehme auch einfach mal alles mit. Als Passagier aufstellen. Verdammt. Wo müssen wir denn hin? Hier wieder hoch, ne? Ja. Wieder zurück. Zurück. Ne, du fährst, ne? Ja. Ah, sehr gut. Ich habe gerade Angst gehabt, dass ich fahre. Warum reagiert mein scheiß Quad nicht, wenn ich lenke? Was ist hier los? Dieser miesen Klein. Dieser Schuft. C und A auf der linken Seite. Sieht da sehr vertrauensvoll hin. Warte, du bist zu weit. Viel zu weit. Uh, das war knapp. Ja, nach der Säcke. Stopp! See you on day, ne? Hello Kitty. Oh, was kostet denn Hello Kitty? Skyline? Oh, Hello Kitty ist ja niedlich. YouTube-Shirt. Süß. YouTube-Shirt ist natürlich genial. Hm. Kleidung und Rucksack. Was kostet denn ein Rucksack? 5000. Kaufe ich mir einen Rucksack? Kannst ja nur einen Rucksack kaufen. Also ich habe jetzt ein schönes YouTube-Shirt. Damit wir mal ein bisschen Eigenwerbung machen können hier. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Also du willst jetzt quasi ein YouTube-Shirt kaufen. Hübsch sieht das aus. Oh, hübsch. Und äh... Was hast du da hinten drauf? Oh kacke, jetzt habe ich nicht genug Geld für den Rucksack. Hm. Dann gebe ich dir mal ein bisschen was. Was brauchst du da? Äh... 380. 380. 380. Äh... Wollen wir nochmal ein paar Pfirsiche pflücken gehen oder so? Pfirsiche? Oder Äpfel? Ja, nehmen wir nochmal ein paar Äpfel mit. Ja, Äpfel sind immer gut. Wat? Wat? Was denn? Hast du das auch gehört? Nee. Hat jemand mit uns gesprochen oder was? Nee. Irgendwie über diesen Side-Channel. Mhm. Hast du dir einen Marker gesetzt? Woah. Was machst du denn? Dein Gamepad, das höre ich ein bisschen hin. Ja. Das ist krass. Man, also ein bisschen heiß sehen wir schon aus mit unseren Shirts. Definitiv. Also es sieht auch so aus, dass da teilweise die FPS hier bei mir völlig bremsen. Also ich habe Konstanz 60. Ja, jetzt hängt mir 30 an, dann spring ich mal auf 44 und dann äh... wieder zurück auf 30 und ähm... da bleibe ich dann auch. Ich glaube, wir können hier stehen bleiben. Ja, Mann. Nee. Also der geht noch nicht. Nee, der geht auch noch nicht. Ich glaube wir sind wieder zu weit weg. Ist es abgeschlossen? Ja. Wie, schon wieder zu weit weg? Ja, ich habe einen Baum gefunden. Baum. Baum. Guckst du in den Baum? Synchron. Ja, bitte. Jetzt. Jetzt. Ah, gleich irgendwas. Jetzt. Achte, jetzt. Jetzt. Wir greifen einfach immer nach demselben. Ja. Ach nee. So sieht das aus. Genau. Ja, Freunde. Ähm, ob wir hier noch reich wären mit unseren Äpfeln oder Pfirsichen oder, 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 würde ich sagen, ähm, werden wir selber sehen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir hier wirklich reich wären, werden wir selber sehen. Auf jeden Fall haben wir sehr, äh, sexy YouTube-Shirts. Äh, wir könnten halt siamesische Zwillinge durchgehen. Also wenn wir verknackt werden, schieben wir es immer einfach auf den anderen. Okay. Ne? Gut, Freunde. Sein Rucksack. Was? Rucksack? Sein Rucksack. Ja, ist doch cool. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge und verabschieden uns und, äh, sagen bis denn dann. Ciao. Haut da rein. Ciao, ciao. Ciao.